Und damit allerherzigsten Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Myros Musk mit mir Tansori Games und als Gastkommentator meinen Lüfter im Hintergrund, der ziemlich laut ist, den man hoffentlich nicht hört. So, wir waren stehen geblieben bei dem dritten Ei, wenn ich mich richtig erinnere, das wir holen wollten, sind aber eh noch nicht verreckt, weil wir ja das Piratenmädel da nicht besiegen konnten, weil wir kein Schild mehr haben, wie man vielleicht sieht. Und meine Maus ist in Welt, so hat es nicht mehr. Gut, das würde heißen, wir müssen erstmal, erstmal, nein, das nicht direkt, sondern die Hünderzeit spielen wir jetzt mal rückwärts, um nochmal einen Zeitfluss ein... Ach, die Tastenbelegung habe ich auch immer noch nicht geändert. Und ich habe mich auch nicht auf Abwesen gemacht bei Skype, das hat natürlich super. So, ähm... Ja, wot nu? Ich ändere das mal kurz, klein ummein. So, da bin ich wieder hässlicher Anfängerfehler, ich weiß. Aber, naja, passiert nun mal. Tut mir leid. Ähm, so, wir wollten die Hünderzeit rückwärts. Ähm, unten A, rechts, unten A, rechts. Unten A, rechts, unten A, rechts. Ähm... Ja. Genau. Und, äh, ja, falls ihr euch wundert, wieso ich mich anders anhöre als sonst, das ist, liegt, oder liegt daran. Achso, ich habe schon verlangsamt. Der normale Zeitfluss soll nicht wiederhergestellt werden. Achso, okay, gut, ist schon verlangsamt, aber okay, gut. Da habe ich nicht gerechnet, dass ich schon daran gedacht habe, dass ich das vergessen habe. Habe ich irgendwie eine Fee dabei oder sowas, irgendwie, in der Art? Nee, wahrscheinlich nicht. Habe ich nur eine Flasche. Und das würde dann trotzdem heißen, wir müssen uns mal auf den Weg machen und uns heilen. Obwohl, ist das wert? Ja, muss ja, ja, muss ich ja machen. Ähm, Unruhrstadt, ja. So, dann geht's da nochmal hin. Waren wir auch lange nicht mehr. Und dann können wir uns nochmal ein Schild kaufen und uns heilen irgendwie, ich weiß nicht wie, keine Ahnung, ob irgendwie schaffen wir das. Wie hält man sich denn rechts? Ja, 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 genau, okay, gut. Ich habe schon eine Idee. Okay. So. Der Nullnum ab geht zum Händler, der hoffentlich jetzt offen hat. Hallo, Händler. Habe ich denn, natürlich. Wie kostet das Ding dann? Ich dachte, ich hätte jetzt sagen, ich schwören könnte, ich habe Geld dabei, aber nein, natürlich nicht. Okay. 80, okay, das dachte ich mir fast schon. 80, so der Standardpreis für ein Schild bei Majerus Musk. Oder bei Zelda generell, ich weiß auch nicht. So, hallo. Nein, ich entle- nein, ich will nicht, ah, Mist. Ich will nichts anzahlen. So, Rubine, Anzahl, Rubine, abheben. Entschuldige bitte, blablabla, lass mich einen Blick auf dich werfen. Ja, ja, ich bin Tatsuri, ich weiß schon. Nun. Und wie viel möchtest du abheben? Äh, ich hätte gerne. 80 eigentlich, ne? Rechte eigentlich auch. Jupp. Dankeschön, Dankeschön, tschüss. So, äh, so mein Gott. Ist das richtig? Ja. Rein da. So, hallo, mein rückenkratzender Freund. Äh, muss ich haben. Du hast da ein Heroin-Schild. Heroin-Schild erhalten. Drücke R um ihn. Blablabla, blablabla, blablabla. Ja, nix mehr. Na, egal. So, dann geht's jetzt weiter. Und wir gehen mal. Ja, ist gut. Stehen geblieben. Hast du etwa etwas am Meer zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauerlauen unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht er... ...erschwert? Ich bin um Verzeihung, wer da her. Es ist falsch von mir gewesen, sie wie ein Kind zu behandeln. Von der Schädelbucht aus hat man einen herrlichen Blick aufs offene Meer. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Ja, ja. Sie nervige Waffe. Waffe. Wache. So, ich wollte... Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, okay, doch, wollte ich. Ich hab gehofft, dass es in der anderen Richtung irgendwie so ein roter Schleim ist, aber okay. Glück gehabt. Natürlich hängt das Spiel immer noch, wenn ich jemanden angreife. Muss ja. Ach, guck mal, Magie hatte ich auch die ganze Zeit nicht. Stimmt ja, weil... Hallo? So, dann kann ich gleich nochmal... Wenn ich den Bomben habe... Ja, hab ich sogar. Und Arschbombe. Jetzt hab ich mir wiederkennen... Oh, ich hasse das, ey. Und toll, Dinger. Jetzt sind wir gar nicht weiter. Egal. Dann geh ich halt wieder raus. So. So, ist auch der Wusch wieder da? Herz ist so fällig irgendwie... Nicht so. Shorty. Gut. Oh, nee. So. Und dann werden wir uns gleich mal nach dem dritten Ei des Bundes erkundigen. Und mal gucken, wo wir das finden. Weiß ich eigentlich schon. Aber, naja. Mach's gar nicht natürlich auch schon sehr viele. Zu nein, Spaß, die noch alle zu holen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich die alle holen soll. Hallo? Ach so. Ach so. Äh, wenn ihr mal Bock habt, eure Meinung dazu abzugeben, könnt ihr mir mal sagen, ob ich die zu holen soll oder nicht. Die ganzen Masken braucht man ja eigentlich nicht. Kann man aber haben, wenn man dann später noch irgendwas extra kriegt. Eine Extra-Maske quasi, die einem das Ganze ein bisschen erleichtert. Aber... Da will ich jetzt noch kein Wort drüber verlieren. Falls wir uns die dann holen. Musst ihr sagen. So, 100% wird das Spiel trotzdem nicht gemacht. Geht jetzt nur um die Masken, ob ich die alle sammeln soll. Jo. So, hallo Leute. Die werden da. Ziehen gerade ihre Kreise hier. Ach ja. Willst du schon mal rumgehen? Ja. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass ich es mit dem Schadenmikrofon aufnehme, statt mit meinem normalen Mikrofon? Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Ich tue es auf jeden Fall. Aus dem gegebenen Anlass. Das zieht aber auch in Magie dieses komische Zora-Aura-Schildgebommel. Aua. Aua, das wird weh getan. Wieso tust du das zu mir? Nein. Ach. Los, oh Mist. Jetzt aber hier. Ha. So. Nein. Doch. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, sieht gut aus. Los, raus da jetzt. So dumm. So dumm. Ist kein anderer. Naja. Ich kann ja nicht meinen Enterhaken benutzen. Ne, ne, ne. Ne, falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste. Bäm. So. Hoch, da hoch, da hoch. Und hier rein. Und schon sind wir da. Gern. Aber wir müssen jetzt da hoch. Weiß ich aus meiner zugverlässigen Quelle. Nein, lass dich fallen. Ich kann ja nicht mehr verfolgen. Ich kann sie eigentlich auch gleich verfolgen. So, komm. Lauf. Ist doch gar nicht laut oder so, ne? Die checkt sie überhaupt nicht. So. Ach, komm. Nein. Ah, ich hab's gewusst. Ich wollte es erst nicht machen. Ich hab's ja gar vollen Herzinfarkt gekriegt, ey. Nicht damit gerechnet. Naja, egal. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch ist gut, der Versuch. Und beim dritten Mal klappt's immer. Also von daher kannst du nur noch besser werden. Kann ich eigentlich von hier, wenn ich mal so sage, so hier mache. Oh, nein. Nein. Ach, das wollte ich gar nicht. Das kostet alles Zeit. Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Ist ja nicht so, dass ich mit meinen Videos Geld verdienen würde. noch nicht. Oh, nein. Noch nicht. Nein, Mann. Ich drücke den Pfeil nach unten. Meine Fresse. Ich weiß natürlich voll nicht, was die da macht, wegen diesem komischen Kämpfen-Shelter. So. So. Hallo. Mann. Luft anhalten. Ist doch knapp. Ich bin total bescheuert, dass sie mich jetzt nicht sieht. Ja, mein Gott. Chill mal ein bisschen, ey. Panik. So. Sehr geile Raum wieder. Ja. Ja. So, und jetzt da hoch. Wie ein Ninja. Like ein Ninja. So, mein Gott. Jetzt komm da hoch. Can do it. So, bereit, bereit. Bam. What's up? Bis hierher und nicht weiter.